Musik Hallo und willkommen bei Michas Musikcheck Ich bin Michel und gebe an dieser Stelle Erfahrungen, die ich mit vielen Instrumenten und Zubehör gemacht habe, an euch weiter Für Anregungen und Kontakt nutzt bitte meine E-Mail-Adresse musikcheck-at-go-for-more.de Viel Spaß mit der Präsentation Bauform und Geschichte Die Form heißt Drehnaht, Korpus und Gitarrenkopf orientieren sich an Martin Gitarren Die erste Drehnaht Gitarre baute die Firma Martin 1916 Der Name stammt von einer Schlachtschiffklasse Da Gitarren damals nicht verstärkt werden konnten, mussten größere Klangkörper her Diese Bauform ist seither kaum verändert worden und wurde von vielen Mitbewerbern übernommen Martin hat die Firma Sigma 1970 gegründet, um dem Druck der Mitbewerber aus Fernost, wie zum Beispiel Takamine, etwas entgegenzusetzen In den 2000er Jahren trennte sich Martin dann von seiner Tochterfirma Vor einigen Jahren kaufte der deutsche Musikvertrieb AMI Sigma auf und lässt seither unter strenger Kontrolle in Fernost wieder Sigma-Gitarren bauen Hier sind meine Eindrücke von der Sigma DME Das Holz Das Instrument ist insgesamt sehr leicht Die Decke ist zweiteilig massiv, aus gewaselter Sitka-Fichte Das heißt, das Holz hat quer zu den Jahresringen kleine Einflüsse, die den Klang beeinflussen und ihn höhenreich machen Die Decke hat ein X-Bressin, gemeint ist die Verleimung der Latten von innen zum Stabilisieren der Decke Die Zargen und der Boden sind aus Schichtholz-Maragoni Die Brücke besteht aus Palisander Das Material des Halses ist ebenfalls Maragoni Fuß- und Kopfplatte sind geschäftet, das heißt extra angeleimt Der Hals besteht nicht aus einem Stück Das Griffbrett ist wieder aus Palisander Die Lackierung glänzt seidenmatt, die Decke und der Hals sind blatt, beim Boden und den Zargen fühlt man die Holzmaserung durch Die Verarbeitung ist durchweg gut Ein paar minimale Unsauberheiten im Lack sind zu verschmerzen, angesichts des günstigen Anschaffungspreises zwischen 200 und 260 Euro Metall- und Kunststoffteile sowie der Sattel Die Bundstäbchen sind mittelstark und gut abgerichtet An den Griffbretträndern steht nichts vor Die Mechaniken sind grober Nachbauten von der Firma Dijkast Sie sind verwendbar, die Originale laufen allerdings geschmeidiger Der Sattel besteht aus Knochen, was bei der Preisklasse eigentlich nicht üblich ist Hier kommen ein paar Martin-Guine durch Die Seiten werden mit den üblichen Kunststoffpins in der Brücke befestigt Die Brückeneinlage ist auch aus Kunststoff, jedoch auf Oktavreinheit ausgeglichen Es gibt am Korpus nur einen Grundpin aus Plastik Hier wurde klar am falschen Ende gespart Die Bespielbarkeit Die wirkseitigen 013er-Seiten und die an der Brücke etwas hoch angestellte Seitenlage lassen das Spiel auf den unteren Bünden zu Auf den oberen Bünden zu spielen und Barrigriffe zu greifen, wird mit der Zeit etwas anstrengend Nach dem Wechsel auf Nano-Beschichtete Martin-Seiten der Stärke 011 und leichtem Herunterschleifen der Brückeneinlage Spielt sie sich auch in den oberen Lagen wesentlich besser Natürlich muss der Hals statt dem geringeren Zug der 011-Seiten angepasst werden Die Bundreinheit ist befriedigend Es schnarrt nichts, aber die und die Seiteneseln etwas in höheren Lagen Mit feiner Abrichtung kann man da noch mehr herausholen Für eine solche industriell gefertigte Gitarre ist die Bundreinheit in Ordnung Der Klang Zuerst unverstärkt Die gehaselte Decke mit den kleinen Schattierungen quer zur Maserung Liefert einen höhenreichen und obertonreichen Klang Die Bässe kommen nicht so stark durch, wie man es bei der Bauform der Gitarre erwarten würde Sie sind aber gut hörbar Es dominieren die Mitten und Höhen, was die Gitarre für den Spieler laut erscheinen lässt Besonders dann, wenn man dazu singt Ich denke, der Zuhörer hat den gleichen Eindruck Unverstärkt klingt sie nicht übermäßig Martin ähnlich, aber doch schön nach Holz und sehr natürlich Zweitens, über den eingebauten Tonartnehmer und Vorverstärker Hier ist die Standardtechnik von Sigma verbaut Ein Piezo Tonartnehmer und der Vorverstärker mit Drei-Band-Klangregelung für Bässe, Mitten und Höhen, sowie einen Lautzerke-Regler Zu beachten ist auch das eingebaute Stimmgerät Der Tonartnehmer und die Klangregelung sind ausreichend, um den Klang der Gitarre über eine Verstärkung natürlich wieder zu geben Die Ausgangsbuchse für das Kabel ist übrigens nicht, wie sonst üblich, im winteren Gold-Pin Sie sitzt daneben, zusammen mit dem separaten Batteriefach, etwas weiter unterhalb Die Buchsenplatte ist aus Kunststoff, daher empfehle ich, gewinkelte Klingen-Stacker zu nehmen, um Abbrechen zu vermeiden Hier nun ein Klangbeispiel Fazit Zwischen 200 und 260 Euro ist die Sigma-DME eine gute Gitarre Zumal, wenn man die originale Seiten gegen leichtere tauscht und die werkseitige Seitenlage etwas nachregelt Die GME eignet sich für Anfänger, Fortgeschrittene und als Zweitinstrument Oder auch wenn man einmal zum Kneipenauftritt nicht die ganz teure Gitarre mitnehmen will Mein Urteil für die Sigma-DME, gut mit Sternchen Bis zum nächsten Mal Euer Michael Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal